Haben Sie das gesehen? Mit diesem frechen Salto-Elfmeter kickte sich Bahr-Junior Jonas Jokinen über Nacht zum YouTube-Star. Laut seinem Trainer hätte der finnische U16-Nationalmannschaftsspieler sich so einen Trick aber nicht leisten können, wenn das Spiel nicht bereits für seine Mannschaft entschieden gewesen wäre. Hier aber führten die A-Junioren von Bahr zwei Minuten vor Schluss mit 4 zu 0. Da konnte Jonas Jokinen endlich einmal dem Publikum zeigen, was er außer Tore schießen noch so drauf hat. Und das scheint ihm Ruhm zu bringen. Über 850.000 Mal ist das Video innerhalb von zwei Tagen auf YouTube bereits gesehen worden.